Jeder von uns kennt diese billigen Handyhalter, bei denen man jedes Mal Angst hat, dass das Handy auf den Boden knallt. Ich habe mir eine gute Halterung gekauft und überraschenderweise war sie nicht mal teuer. Moin Moin, ich bin Sebastian. Wenn du das erste Mal hier bei Videomacher bist und die besten Tipps und Tools für deine Videoproduktion bekommen willst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Du denkst dir jetzt vielleicht, okay, der billige Handyhalter, der ist zwar ein bisschen rappelig, wackelig, aber er funktioniert doch. Stimmt auch. Aber hast du dir schon mal überlegt, dass wenn du dir ein 600, 700 Euro Handy kaufst, das dann an eine Gratisbeigabe bzw. eine 1,50 Euro Handyhalterung dran zu hängen, vielleicht nicht das beste Preis-Leistungs-Kosten-Nutzen-Verhältnis ist. Ich habe lange darüber gehadert, habe mir dann doch einen geholt, einfach weil es mir sicherer war, bzw. auch die Haltepunkte viel einfacher waren und bin dann, hast du vielleicht im Thumbnail schon gesehen, zu diesem Manfrottohalter hergekommen. Prinzipiell ist er ganz simpel. Es ist ein Handyhalter von Manfrotto, es ist die Pro-Version hier, warum komme ich gleich dazu? Und sie kostet 13 Euro, was jetzt auch nicht die Welt ist. Wenn du überlegst, dass du dein teures Handy dran hast, vielleicht noch ein Mikrofon, wenn das runterfällt, tut es richtig weh. Rein vor den technischen Daten. 41 Gramm, also wirklich nicht schwer. Du kannst Handys, die 6 bis 10,4 Zentimeter breit sind, reinhängen. Es geht auch hochkant und auch quer. Ist natürlich immer abhängig davon, woran du es befestigst. Ob es drehbar ist oder nicht. Du hast hier links noch eine Schraube, in die du was reinschrauben kannst. Und, das finde ich praktisch, hier oben ist noch ein Blitzschuhhalter. Das heißt, hier kannst du einen Blitz reinmachen, du kannst ein Mikrofon dran klemmen. Ich habe zum Beispiel hier eins, könnte ich jetzt zack hier so noch reinklemmen, hält perfekt. Ganz einfach. Oder auch ein kleines Licht, funktioniert auch. Es gibt auch eine billigere Version, kostet 10 Euro nur, hat dafür keinen Blitzschuh. Und was mir am meisten gefallen hat, an diesem Ding hier, ich habe hier hinten eine Halterung. Hier kann ich hochklappen, kann es auseinanderziehen und dann hier festklappen. Und hier kann ich dann mein Handy wirklich drin klammern, was ich bei dem hier mega praktisch finde. Hier und hier sind rote Gummis, die wirklich etwas weich sind, aber nicht zu fest, um ein Handy wirklich sauber zu halten. Ich kann also hingehen, machen wir so, ich nehme mein Handy, klappe es so rein, Knopf rein und zack, fertig. Und wenn ich jetzt hingehe, ich habe hier einen kleinen Gorillapod, schraube das hier kurz dran. Ich drehe den kurz hier, kann ich es perfekt nutzen für als Selfiecam, wenn ich durch die Gegend laufe. Und es ist wirklich, das hält einfach was aus. 13 Euro, ich kann hier oben jetzt hingehen, mache noch ein Mikrofon dran, wo ich was höre. Beziehungsweise, wenn ich sage, ich will es andersrum machen, so, dann habe ich die bessere Kamera und so laufe ich dann durch die Gegend. Mikrofon passt direkt rein, so spiegelt es nicht. Einwandfrei. Und dafür muss ich sagen, einfacher geht es nicht. Es ist leicht, es ist stabil, das Handy sitzt einfach fest, da wackelt nichts, wenn ich nicht gerade habe. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht die Knöpfe am Handy die ganze Zeit drücke, aber das habe ich bei jedem Handyhalter. Deswegen, ich kann dir das nur empfehlen, ich bin mega glücklich damit. Vor allem dieser Blitzschuhhalter. Ich kann wirklich auch sagen, ich mache hier noch eine kleine Lampe drauf und dann perfekt so einfach zum Langlaufen. Ein anderes praktisches Tool, das ich oft verwende, ist ein Ringlicht. Und Handy rein, aufnehmen, am PC, perfekt, ich kann sogar die Kamera durchlaufen lassen, einwandfrei. Schau dir gerne mal mein Video dazu an. Ansonsten, wenn dir dieses Video hier gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen nach oben, teile es mit anderen Machern und abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht hast, damit deine Videos einfach besser werden. Damit du lernst und einfach noch tollere Videos machen kannst.